Hallo, da sind wir wieder mit Titanfall, weiter geht's und so weiter und so fort, mit Daui natürlich. Yo, hallöchen Leute, auch von mir aus. Ja, weiter geht's mit der Kampagne. Also, Kampagne spielen, Kampagne fortsetzen, irgendwo sind wir diesmal. Kriegen wir wieder ein paar Schläge aufs Maul. Oh ja, ist ja wie immer, ist ja Alltag bei Titanfall in der Kampagne. Wieder weggeklatscht. Aber egal, aber egal, aber egal. Ich muss mal ein Schlückchen nochmal trinken, sorry. Mein Hals, der kratzt heute irgendwie so ein bisschen. Frisch gekochter Hanf. Balsam für die Lunge, Mensch. Einfach ein paar... Wirkt antibakteriell, Mensch. Weed, ein paar Blätter in den Kaffee rein, in den Filter. Ich bestehe doch komplett aus Weed. Ich schnibbel mir ein paar Haare ab hier, zack, hau die da rein und dann ist alles gut. Aber keine Arschhaare, ja. Die sind zu stark. Ja, die sind zu stark, Leute. Die hauen euch aus den Söckchen, aus den Schuhen, aus den Söckchen. Oh. Naja, scheint ja recht ausgeglichen zu sein, das Ganze jetzt gerade. Schlacht von Demeter. Ein Prestige-Fan. Prestige. Ja gut, gelabert wird nicht. Wir sind in der LW reingeplatzt. Oh, oh ja. Schlacht von Demeter. Oh, unser Lieblings-Mode. Ach, Hardcore-Therrenschaft, ach. Wieso fängt das immer so an, ey? Mensch, Gobbi, du bist schuld. Gobbi. Okay, haben wir schon mal den Schuldigen ausgemacht. Wunderbar. Reaktor-Core. Ich glaube, in der IMC-Kampagne. Finde, den Hinweis. AP. Finde das AP. Auf dem Bild. Ich finde es nicht. Ich sehe nur Reaktor-Core. Ah, da oben rechts. Ja, ich habe es. APO42. Finde die orangene Schrift. Ja, super. Die Eingeblendete dann wahrscheinlich. Finde das Licht im Licht. Zähle die Sterne da oben rechts. Oder die weißen Punkte. In der Zeit jetzt hier. Wenn du es schaffst, bekommst du... Derjenige, der uns das unter die Kommentare schreibt, der wird gegrüßt in der nächsten Folge. Was? Nein, beim nächsten Mal irgendwann mal gegrüßt. Die Sterne zählen. Ach fuck, ich habe schon wieder... Okay. Oh, laut. Zu laut. Ich habe meinen Tee verschüttet. Scheiße. Prügel. Yeah. Okay. Alles klar. Wo ist die Lupe? Okay. Wo willst du hin? Halt dich fern! Halt dich fern! Oh mein Gott! Misfit. Oh oh. Hallöchen. Halt dich fern! Halt dich fern! Halt dich fern! Halt dich fern! Der hat irgendwie voll den überproportionalen Kopfweben gehabt, der Typ da drin, oder? Keine Ahnung. Das ist doch voll komisch. Oh! Oh! Alan! Dein Arm! Ach, der braucht keinen. Raus da! Der Titan ist hinüber. Äh, wo ist C? Ach, C? Egal. C wird schon eingenommen von uns. Aua. Aua. Oh, es ruckelt so laut. Ich komme gar nicht durch die Tür durch. Ach, das ist gar keine Tür. Fail. Aber es war wegen dem Ruckler, ey. Oh, da war schon einer. Oh, da habe ich mich gerade geirrt. Geirrt, verwirrt. Oh, da hinten läuft schon ein Pilot. Na, wo kommt der raus? Das ist ja unsere Leute. Oh, Glück gehabt, ey. Sprint die Feuer. Okay, kurz mal abzüllen. Ich habe mich hier oben wie so ein besoffener. Das war ein AMC-Soldat. Fuck, ey. Der Feind kann mich mal kräftig armen, ey. Oh nein, nein, nein! Du Schei... Alter, da ganz oben, ey. Okay. Okay, Freundchen, okay. Ich bin eine Zwei-Schuss-Knabe hier. Ah, apropos. Stell dir mal, der Autor hat wechseln. Ich habe mir nämlich was Neues eingestellt. Und zwar dieses Gewehr, irgendwas. Habe ich nämlich freigeschaltet. MG. Oh Gott, damit muss ich erst mal drangewöhnen. Wie schnell der schon wieder war. Äh, wie ist ein Betsy? Fuck, man. Wir müssen zu B. Wir müssen B unbedingt halten und C halten. Dann haben wir eigentlich schon gewonnen. Was habe ich denn jetzt? Okay, Tarnung aktiv. Bravo, wird angegriffen. Ja, ja, der sieht mich, obwohl ich mich unsichtbar gemacht habe. Überall. Hä? Dann muss ich bestimmt so ein 2000-Zoll-Fernseher da... Ey, ich bin so schlecht mit dem Gewehr. Loll, war aber einer blind. Ne, ich muss die Waffe wechseln, die ist scheiße. Also damit komme ich nicht klar. Sorry, das ist ein Waffe wechseln. Zack. Ich gehe zu A. Alter. Wenn ich es schaffe. Da oben steht er, ich habe ihn gesehen. Bravo, verlor. Ich kann ihn nicht erwischen. Ich kann nicht durchs Geländer durchschießen. Ey, die nerven. Jetzt schon. Was ist das denn für einer da gewesen? Okay. Hier ist irgendwer bei A. Von den Ecken? Oh nein, der ist von oben runtergesprungen. Fuck, ey. Ach, ey. Zwecker Stück Koto. Der bei C-Down, ne. Nein, ich bin so ein Idiot. Der sauber, Onkel. Das ist einer, ey. Ja, ey. Den wollte ich mir eigentlich schnappen. Da ist immer noch einer. Stürmvolle, die wissen, was sie machen. Okay, C haben wir. Dann wird er... Wow! Konnt gerade noch so fliegen. Wir haben jetzt den Tyrant, wa? So, go, go, go. Oh, da ist ja schon wieder ein Titan und hier ist ein Pilot. Wie ist der? Ich kann mich jetzt nicht um die Titans kümmern. Bam. Boah, die nerven, ey. Dieser Swagger, ey. Swagger-Legger? Swagger-Dingleich. Und der killt mich direkt wieder. Boah, Call of Duty Spawns hier. Okay, der ist down. Ach, das so? Oh, nein! Das sind ja zwei... Ey. Der eine war doch schon fast tot. Wir haben überall Titans. Äh, ja. Ich bin down. Ich bin auf jeden Fall tot. Raus hier. Egal, ich schnapp mir. Gib mir was, womit ich arbeiten kann. Merk, wenn du ne manuelle Überladung auslösen kannst, das würde klappen. Selbst wenn sie den Rägen... So, zack. Rein hier. Es gibt nur ein winziges Problem. Kein Titan der Welt könnte dich vor dieser Art von Strahlung schützen. Langt das meine Sorge sein. Strahlung. Lauf mich. Noch nicht. Piloten, gute Arbeit. Feuer, Feuer, Feuer. Go, go, go. Ich muss mich hier ein bisschen verstecken. Mitten können sie nicht hoch, außer rechts Fenster. Okay, wir haben A. Wir haben hier sogar alle drei. Geil. Ja. Ich bleib erstmal bei A. Die bewegen sich aber schon. Ja, suchst du mich. Jawohl. Jawohl. Ja, ey. Es ist voll der beliebtes Camperort da oben, ey. Immer sitzt einer da drauf. Dreckige... Stimmkwanze. Nein, lass mich rein. Oh man, was für Idioten, ey. Sorry, ey. So, oh, los, weg hier. Ja, wolltest du schon wieder ran, war du Sackgesicht? Festlich, Kletto. Camper, schu... Wuuu... Ne? Hehehe. Okay, er ist down. Ich muss mich verarschen von so ein paar... Hans-Dieters da oben. Hans-Dieters? Okay, ich gehe mal zu B. Okay, mein Hardcore-Schild ist online. Könnte ich jetzt starten. Okay, okay, was geht hier? Hier, das ist mein neuer Move. Jetzt kann ich durch Wände gucken. Bam, jawohl. Gleich noch einer. Unterstützung! Komm, ein Schuss noch. Ah, noch einen. Los, los, los. Er war im Klinken dabei, ja? Jawohl. Okay, Titan-Assist. Wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht bei B. Oh! Oh! Ich sage Please. Ich sehe ihn nicht bei B. Ja, wir nehmen grad B ein. Aha, Mann! Das Ding ist, wir müssten für ne kurze Zeit nochmal alle drei halten. Ich geh nochmal zu C. Los, Titanfall, äh, Titan, komm runter! So, jetzt. Jo, Pilotensteuerung, super. Wo ist der? Ey. Ey, na klar, Mann, von wo hab ich denn soviel Schüsse drauf bekommen? Wo bist du? Äh, willst du mich verarschen, Titan? Wieso hält dir soviel aus? Ach, das ist der Panzer. Ja, Sackzwege anrufen. Ey, hallo, lass mich doch mal durch. Danke. Ja, ja, die haben wieder hier die OP-Waffen. Haha. Wollte er wieder unsichtbar machen, der Lump. Ja, bravo. Nanos, Reaktor instabil. Ja, ja, Reaktor instabil, ich verpiss mich. Komm mal zu euch. Komm mal zu euch. So, ich versuch C-Wits zu machen. Ja, hab ich die neu erwischt, du Sack. Von hier. Go, go, go. C, los. Wir müssen C noch. Oh, Glück gehabt. Okay, im Charlie. Wir können nichts tun. Steigen Sie ins Schiff und hauen Sie ab. Nein. Fuck, ey. Ja, wir sind in Führung. Jetzt einfach nur zwei Punkte halten. Dann haben wir gewonnen. Scheiße, die nehmen B grad ein. Nein, mit dem B haben sie den Vorsprung. Oh, nein. Ich bin bei B. Okay, gut. Ich bin auch hier. Oh, shit. Okay, haben wir gleich. B haben wir. Jo. Ich bin bei B. Nein. Mann, ich hab wieder so schlecht gezielt. Die kommen alle wieder zu B. Wat, wat dat denn? Ey, das probier ich jetzt aus. Ja, klar. Was die hier für Moves haben. Ja, klar. Oh. Nein. Was oben lang. Scheiße, Beeilung, Beeilung, Beeilung. Go, go, go. Scheiß Bushmen da drüben. Oh. Aber wir kriegen B. Okay. Müsste klappen, müsste klappen. Bloß jetzt nicht aufgehen. Oh, mein Titel läuft hier immer da rum. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Piloten, der Kern wird instabil. Wir schicken euch ein paar Berg- und Schiffe. Findet McAllen und dann nicht viel weg da. Negativ. Lotte, hier McAllen. Ich hab die Kernüberladung manuell ausgelöst. Verschwindet jetzt so schnell ihr könnt. Wartet nicht auf Bodentruppen. Hört ihr? Dafür ist keine Zeit mehr. Markus. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Oh, ich darf ja wieder spawnen. Weil wir ja gewonnen haben. Geil. Sie sagten mir vor 15 Jahren. An Bord der Odyssee. Ich soll das Schiff nehmen. Jetzt haben sie dieselbe Wahl. Ach, du Kackfratze da oben. Haha. Da wollten sie wieder alle den gleichen Weg lang kommen. Ja, es war mir auch eine Ehre. Oh, scheiße. Oh, nein. Ich sehe Weißes, denke ich. Ich sehe das Licht am Ende des Tunnels. Wir haben gewonnen. Herrschaft. Oh mein Gott. Unter den zahlreichen Opfern des Angriffs ist auch der Aufrührer James MacKill, der bis dato als im Kampf vermisst galt. IMC-Command hat noch kein... Adios, mein Freund. Der Verbleib mehrerer hochrangiger, an dem Konflikt beteiligter Offiziere, einschließlich Weiß Admiral Marcus Grace, ist derzeit unbekannt. Okay. Den Tag kreuze ich mir auf jeden Fall rot im Kalender an, wir haben Herrschaft gewonnen, das ist ja unglaublich. Knapp. Geile Sache. Ich komme mir auch nicht drauf klar, das ist total mies. Ui, Level arm. Ja, dann war es dann wieder. Ich habe zwei Stufen gemacht, war in einem Spiel. Krass. Okay, 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 so viele neue Sachen. Super, wunderbar. Ja, alles klar, viele Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüssi. und tschüss.